Hallo und herzlich willkommen auf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag um 13.30 Uhr im Ostseestadion. Wir rechnen mit 23.000 Zuschauern. Es gibt noch Tickets, die Tageskasten haben demzufolge auf. Das Stadion öffnet um 11.30 Uhr. Wir freuen uns auf ein volles Haus. Definitiv nicht mit dabei sein, wird zumindest auf dem Platz. John Verhook, Patrick Glöckner, ganz kurz mal der Blick auf unsere verletzten Liste, gesperrten Liste. Wer ist nicht mit dabei, außer John, der gesperrt ist. Genau, okay, fange ich mal an. Aber erstmal hallo in die Runde und an alle Zuhörer. Danke Marit für das Wort. Ja, Johnny, wie gesagt, mit der fünften gelben Karte fehlt uns leider vorne im Sturm. Dann hat sich Freddy Ananou verletzt gegen St. Pauli, musste ja ausgewechselt werden am Ende. Der wird auch fehlen. Und Nico Neidhardt unter der Woche hat sich auch eine Bläsur am Oberschenkel zugezogen. Der wird uns auch fehlen. Ansonsten stehen die Spieler zur Verfügung. Okay, dann legt mal los mit euren Fragen. Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung Dann frage ich einfach nochmal eine Nachfrage zu den Personalien. Nico Neidhardt hat Oberschenkel. Was ist bei Freddy das Problem? Auch der Oberschenkel. Muskulär. Tommy Bastian von den NNN Ja, wie bitter ist es, dass Nico dann jetzt, wo Freddy ausfällt, dass dann auch Nico ausfällt, der ihn ja vielleicht hätte ersetzen können? Ja, ist natürlich bitter, weil die Position, wie gesagt, über Nico sehr gut kompensiert hätte werden können. Jetzt haben wir eine andere Lösung gewählt. Hoffen, dass die auch funktioniert. Aber wir gehen davon aus, wir haben ein gutes Gefühl. Und entsprechend werden wir auch da auf der Position am Sonntag gut vorbereitet sein. Aber natürlich ist es immer schade, wenn ein Spieler ausfällt. Gerade Nico Neidhardt, der auch die Qualität hat, beide Seiten abzudecken im hinteren Bereich. Und das halt auch schon bewiesen hat. Und von daher schade. Aber wie gesagt, geht auch so weiter. Wie war die Stimmung jetzt eine Woche, nachdem es leider wieder nicht geklappt hat beim Tor und dementsprechend noch nicht mehr im Punkt? Und dazu die Nebengeräusche, wie haben Sie jetzt die Stimmung auf dem Platz wahrgenommen? Und war das auch ein Thema in der Mannschaft jetzt noch, die Aufarbeitung dieser Geschehnisse, womit der Verein ja viel zu tun hatte? Ja, also generell beschäftigt sich die Mannschaft ja mit vielem. Auch natürlich mit den Themen, die außenrum platziert werden und angesprochen werden. Fakt ist aber, dass wir im Trainerteam und mit der Mannschaft zusammen versuchen, immer wieder den Fokus hochzuhalten. Wir wissen, was wir gut gemacht haben. Wir wissen, was wir besser machen können. Wir arbeiten intensiv an allen Themen und entsprechend hoffen wir, dass wir irgendwann auch die Situation jetzt so kreieren können, dass wir dann auch mal in die Erfolgsspur kommen, beziehungsweise uns für den Aufwand, den wir betreiben. Und er ist ja sehr groß, belohnen können. Druck wird ja öfter angesprochen im Fußball oder ist eigentlich immer Thema. Das gehört irgendwie dazu zum Profisport. Jetzt haben einzelne Spieler gesagt, dass es jetzt zählt, weil jetzt die Gegner kommen, die nicht mehr da ganz oben sind oder nicht so diesen Anspruch hatten, wie jetzt vielleicht auch Bielefeld, oben mitzuspielen. Wie gehen Sie damit um? Spüren Sie das auch, dass da jetzt ein größerer Druck ist? Machen Sie sich selbst einen größeren Druck? Und wie gehen Sie mit der Mannschaft um in dieser Situation? Also für mich war ja von vornherein klar, dass die Saison sehr lange laufen wird und dass wir mit Sicherheit bis zum Ende mit der Situation zu tun haben. Das ist die Situation, auf die wir uns eingestellt haben, auf die ich die Mannschaft eingestellt habe und dass es Phasen gibt, in denen man mal gewisse Ergebnisse nicht sieht. Die gehören auch zum Fußball dazu, aber wir wissen, wie schnelllebig der Fußball ist. Es gibt dann auch wieder Phasen, die in die andere Richtung gehen. Von daher sind bei jedem Spiel bei uns die Alarmglocken an, weil wir auch jedes Spiel so angehen wollen, dass wir es gewinnen. Und wenn es da nicht zum Tragen kommt, dann sind wir natürlich die Ersten, die uns die Frage stellen, warum das passiert ist und wie können wir das besser machen. Der Fakt ist, es geht um Ergebnisse. Die Ergebnisse haben wir bisher nicht so in der Summe geholt, wie wir sie vielleicht holen hätten können in den Spielen. Zumindest zu der Leistung hat es nicht gepasst. Und da müssen wir einfach daran weiter arbeiten und weiter daran glauben und feste daran glauben. Wir brauchen da jeden einzelnen Spieler, jeder Spieler auf der Position. Man sieht es ja jetzt wieder, bedingt durch die Ausfälle, dass wir wieder nachkorrigieren müssen. Und da müssen auch dann die Jungs in die Bresche springen, die jetzt in der zweiten Reihe erst mal gestanden haben und müssen an ihren Mann auch stehen. Und dann geht es da nicht nur darum, zu gucken und zu sagen, ja, rein theoretisch gehöre ich ja in die Stammmannschaft, so wie es viele immer denken. Jetzt können sie es zeigen, dass sie da rein gehören und drinnen bleiben wollen, wenn sie jetzt ihre Chance bekommen. Und ich hoffe, dass sie die Chance nutzen. Wir sind gespannt drauf im Trainerteam. Wir vertrauen jedem Spieler, der auf dem Feld steht und im Kader ist. Und wir hoffen dann auf eine sehr gute Leistung, die wir auch mit Sicherheit brauchen werden. Also gegen KSC brauchen wir eine Top-Leistung zu Hause. Wer drängt sich denn auf für die Startelf, auch gerade im offensiven Bereich? Ja, es gibt viele Spieler, die sich aufdrängen. Also wir sehen ja immer wieder die Spieler, die jetzt auch eingewechselt werden, die Spieler, die im Training jetzt wirklich versuchen, jede Situation gut anzugehen und gut zu lösen. Also wird jetzt mit Sicherheit ja die Aufstellung noch nicht bekannt geben, aber man wird mit Sicherheit die ein oder andere Veränderung sehen werden. Jan Didiugald, NDR 1 Radio im Vorn. Es liegt ja an der Natur der Sache, dass man dann immer sagt, man fokussiert sich auf sich selbst. Aber inwieweit hilft es Ihnen? Und da hat es in den vergangenen Wochen auch geholfen, dass der Abstand zur Abstiegszone ja einigermaßen stabil geblieben ist. Ja, man sieht einfach, dass die anderen Mannschaften sich auch extrem schwer tun. Und dass es einfach die Liga im oberen als auch im unteren Bereich ziemlich ausgeglichen ist. Und von daher, nochmal, ist das Wichtigste überhaupt, dass man weiß, was hat man bisher geleistet, wo steht man mit der eigenen Leistung und was fehlt, um dann vielleicht noch das kleine Quäntchen Spielglück auf seine Seite zu ziehen. Und da arbeiten wir halt täglich dran. Mehr können wir nicht tun und wir glauben an uns. Wir sind eine tolle Mannschaft mit einem tollen Teamgedanken und ich glaube, dass das für uns im Vordergrund stehen muss. Es ist ja kein seltenes Phänomen im Fußball, dass wenn eine Mannschaft eine ganze Reihe von Spielen gemacht hat, wo man ordentlich, zum Teil sogar gut gespielt hat und trotzdem dann wenig oder keine Punkte geholt hat, dass irgendwann dann eine Situation kommt, wo sich das im Kopf so sehr verfestigt und man auch dann nicht mehr gut spielt. Sehen Sie die Gefahr auch? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Das kann immer passieren. Also wir sind alles nur Menschen. Die Jungs wollen, das ist klar. Wenn sie sich zu viel unter Druck setzen, dann wird es nicht klappen. Deswegen ist es wichtig, dass man fokussiert ist, aber die nötige Leichtigkeit trotzdem bei sich behält. Und wir als Trainer sind da halt auch dann als Psychologen gefragt und werden da unsere verschiedenen Register ziehen, wie wir die Spieler begleiten können und quasi immer so aufstellen, dass sie mit dem möglichst höchsten Selbstvertrauen spielen können. Haben Sie da dann jetzt schon irgendwelche Register gezogen? Ach, wir sind immer dabei. Ja, wir sind immer dabei. Klar, wenn die Offensive jetzt keine Tore geschossen hat oder ein Tor in fünf Spielen, dann ist das zu wenig. Und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Und dann versuchen wir natürlich, gewisse Spielsituationen im Training zu simulieren, die dann des Öfteren als Automatismus zum Tragen kommen sollen oder beziehungsweise viele einfache Torabschlüsse zu generieren, dass man einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis hat. Man zeigt gewisse Szenen, man redet mit dem einen oder anderen Spieler, aber trotzdem immerhin in einem Verhältnis, dass man sie nicht unter Druck setzt, sondern dass man sie fördert, quasi ihren Fokus so aufzubauen, dass sie wissen, was sie zu tun haben und dass sie auch ihre Stärken auf jeden Fall noch weiter beibehalten und die auch auf den Platz bringen. Sie hatten vor dem St. Pauli-Spieler gesagt, dass Sie da eigentlich gar keine Mannschaft so wenig in der Favoritenrolle sehen. Ist das jetzt mit dem KSC-Spiel ähnlich oder gibt es da irgendwas, wohin das Pendel tendiert? Ach, Favorit hin oder her, Fakt ist, wir brauchen eine extrem gute Leistung. Wir müssen wahnsinnige Mentalität auf den Platz bringen. Wir müssen wieder viel laufen. Wir müssen gallig sein auf den Spieltag und wir müssen auf jeden Fall wissen, was wir zu tun haben mit den einzelnen Situationen. Und wenn wir das machen, ist es das Maximale, was wir rausholen können und reinbringen wollen ins Spiel. Und das Ergebnis werden wir dann sehen, was dabei rauskommt. Gerne. Zwingt Riese, Radio 80s 80s. Obwohl es nun schon Monate her ist, dass es zu Hause gewonnen wurde, ist die Bude trotzdem wieder rappelvoll. Die Unterstützung der Fans, da können Sie auch sicher sein, ist das vielleicht auch nochmal so ein Motivationsschub, den Sie der Mannschaft mitgeben? Den haben wir ja die ganze Zeit schon mitgegeben. Also es gibt ja wohl nichts Geileres, als hier im Ostsee-Stadion vor 25.000 Leuten zu spielen, die so laut sind wie 50.000 in anderen Stadien. Also das ist eine absolut mega Atmosphäre und die wollen wir auch natürlich zu unseren Gunsten nutzen. Und es ist auch das bescheidste Gefühl, sage ich jetzt mal, wenn du rausgehst und den Fans jetzt einfach nicht mal dieses Erfolgserlebnis endlich hier in unserem eigenen Wohnzimmer wiederbringen kannst. Das ist natürlich für alle frustrierend, das wissen wir auch. Aber wir arbeiten dran und wir sind trotzdem positiv und glauben dran, dass wir irgendwann jetzt hier in eine Situation kommen, dann vielleicht auch mal mit den Fans das genießen zu können, das Ergebnis. Tommy. Können Sie nochmal ein bisschen auf den KSC eingehen? Was sehen Sie in dieser Mannschaft? Welche Stärken hat diese Mannschaft? Und ja, wie wollen Sie dem begegnen? Ja, es ist eine Mannschaft, die jetzt ja mit drei Siegen im Rücken und insgesamt zehn Punkten aus den letzten Spielen sehr gut aus dem Jahr 2023 rausgestartet ist. Es ist eine Mannschaft, die auch viel investiert und jetzt haben Sie ihn mit breithauptenden Verletzten im Training bekommen, der erstmal kompensiert werden muss von der Startaufstellung her. Aber auch vorne mit Schleusener und Kaufmann zwei Stürmer, die wissen, wo das Tor steht und extrem gute Präsenz haben im vorderen Bereich. Sie haben ihre Abwehr sehr stabilisiert und hatte auch Christian Aichner gesagt, dass das jetzt erstmal so im Vordergrund steht, erstmal die Null zu halten und dann zu sehen, dass sie eine Situation ihrer Chancen nutzen möchten. Und das sieht man. Also die Mannschaft ist extrem fokussiert, hat aber auch eine gute Leichtigkeit, gerade im Spielzentrum, wo sie dann auch immer mit Waniček auch sehr variabel agieren können. Also eine Mannschaft, die verschiedene Pressinghöhen spielt und einfach sehr gut in das neue Jahr gestartet ist. Und wie ich es eingangs gesagt hatte, also wir wissen, was wir hoffentlich dagegen zu tun haben. Und da geht es dann halt erstmal wirklich um da in diesen Bereichen Mentalität, Laufleistung, stabile Abwehrleistung mitzuhalten, um dann in unseren Spielfluss zu kommen, wo wir dann sagen, wir haben ja auch immer unsere Umschaltmomente im Spiel oder Standardsituationen, wo wir dann auch einfach mal gefährlicher werden wollen und dann natürlich auch die ein oder andere Torschance nutzen möchten. Wollen wir nicht viel verraten, kann das auch verstehen. Trotzdem, welche Optionen gibt es für Johnny jetzt? Ist Zwanthe die Einzige und steht das fest, dass er spielt? Oder haben Sie da noch offene Überlegungen? Nein, also Fakt ist, wir haben einen Rich Munzi im Kader, der ein Stürmer ist. Wir haben einen Hinterseer im Kader, der ein Stürmer ist. Ein Kai Pröger könnte auch vorne im Sturm spielen. Auch einen Nisse haben wir mal unter der Woche im Sturm ausprobiert. Der hat es auch gut gemacht. Und jetzt muss man halt gucken, wer dann am Sonntag wirklich, auch vom Matchplan jetzt gesehen, am besten passen könnte. Generell ist Zwanthe natürlich auch eine Alternative, die er hier schon gezeigt hat, gegen Darmstadt. Da ging es dann aber eher um Tiefenläufe, um zu gucken, dass wir hinten reinkommen gegen eine höher stehende Abwehr. Deswegen können wir da noch nicht zu viel von verraten. Aber Fakt ist, wir haben noch zwei Stürmer im Kader, die mit Sicherheit nur auf ihre Chance warten und darauf auch brennen. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Stichwort Spielglück, was es vielleicht zu erzwingen gilt. Was kann man denn tun, damit diese Kleinigkeit im Vergleich gegen St. Pauli oder Darmstadt, wo ja ein Torunterschied jetzt war, dass das eben so kippt? Ist es wirklich Bilder zeigen? Ist es gut zureden? Oder was ist diese kleine Stellschraube, damit man selbst ein Tor schießt und möglichst sogar das Erste? Ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist ehrliche Arbeit von A bis Z. Also wirklich alles zu investieren und viel dem Fußball unterzuordnen. Und ich glaube, wenn du diese Mentalität hast, in jeder Trainingseinheit, an jedem Spieltag, gegen jeden Gegner, zu 100 Prozent an dich, an die Mannschaft und an das Spiel glaubst, dann wird das zwangsläufig passieren. Und das ist unser Ansatz, den wir haben. Also es geht jetzt gar nicht darum, die Bilder und alles zu zeigen, das gehört zum Fußball dazu, das macht auch jeder Trainer. Das ist jetzt nichts, ist jetzt kein Hexenwerk, aber das Entscheidende ist immer, dass man sagt, wie felsenfest ist die Mannschaft in sich selbst und möchte das unbedingt erzwingen. Und da ist es dann halt auch manchmal. An der Zeit oder die Frage, wie lange man im Spiel braucht, um zu warten, wenn man jetzt mal die erste oder die zweite Chance nicht nutzt, dass man dann sagt, wir haben aber die Geduld und warten dann halt auf die 90. 92. Minute, wenn sie kommt und sind dann immer noch konzentriert. Punkt 1 gegen den Ball und Punkt 2, wenn sich die Situation ergibt, dann egal wie und wenn es mit dem Rücken ist, wie wir es ja auch bei Brandt schon gesehen haben, in Dortmund den Ball dann da reinmacht und dann gewinnst du das Ding 1-0 oder was auch immer und hast bis zum Ende daran geglaubt. Und das ist das, was wir versuchen, also wie wir versuchen, diese Ergebnisse auf unsere Seite zu ziehen. Aber heißt es jetzt im Vergleich zu St. Pauli, kann man da noch einen draufsetzen? Jetzt auch von der Intensität, weil ich denke mal, die Ansprache vor so einem Spiel in Hamburg wird ja auch gewesen sein, alles investieren, nicht alles raushauen. Also kann man jetzt gegen Karlsruhe nochmal einen Top draufsetzen? Ne, weil, also die Ansprache, wir sind immer auf 100% und immer unter Strom und das wird jetzt auch genauso gegen KSC sein. Also wir werden das Spiel jetzt von dem her nicht anders angehen beziehungsweise haben wir ja sowieso immer andere Muster in den Ansprachen. Und dann ist es einfach nur für die Spieler entscheidend, dass sie um Punkt die Uhrzeit, wann das Spiel angesetzt ist, gegen den Gegner auch da sind. Und St. Pauli kann man ja nicht viel vorwerfen. Also wir haben zwei Torschancen zugelassen. Wir haben vier mit Standards, fünf Torschancen rausgespielt. Erste Halbzeit Spielbalance oder Dominanz bei St. Pauli, zweite Halbzeit bei uns. Also es war ein Spiel mehr als auf Augenhöhe und das ist ja der Ansatz, wo wir sagen, okay, der Ansatz ist in Ordnung, ein paar Dinge verändert und dann fällt auch so ein Spiel mal auf unsere Seite. Ob das jetzt am Sonntag dann so ist oder nicht so ist, das können wir daran sehen, wenn das Spiel abgefiffen ist, aber das Entscheidende nochmal, jeder Spieler wird daran bewertet, was bringt er auf den Platz erstmal an Leistung, an Power und an Einstellung vor allem. Und dann, glaube ich, wird man auch am Ende ein Stück weit belohnt werden können. Jetzt hat der Karlsruhe anderthalb Tage längere Generationszeit. Kann das irgendwie auch eine Rolle spielen? Inwieweit ist das vielleicht ein Nachteil für Hansa? Ja, sollte es jetzt nicht sein. Also sie reißen ja auch an, das muss man auch berücksichtigen. Also mit sowas befassen wir uns gar nicht. Also wir haben unsere normale Regelwoche gehabt. Die Spieler werden frisch sein am Wochenende und das ist das, was wir beeinflussen können. Karlsruhe macht ihre Hausaufgaben, wir machen unsere Hausaufgaben und am Ende werden wir sehen, wie das Spiel verläuft. Tommy? Einen habe ich doch noch, ich würde mal zurückgehen an den Anfang. Welche Optionen gibt es dann jetzt, wo Nico da auch rausgefallen ist? Sie werden es nicht verraten, klar, welcher Spieler jetzt spielt, aber welche Optionen haben Sie da, Nico und Freddy zu ersetzen? Das war jetzt die dritte Frage nach der Aufstellung. Sehr gut, ja. Ich mag ja so hartnäckige Menschen. Das ist schon in Ordnung. Ja, also wir haben einen Straussi noch im Team, der ein Außenverteidiger ist. Wir haben einen Maurice Schröter, der Außenverteidiger spielen kann. Einen Schumi kann einen Außenverteidiger spielen. Man kann aber sich auch darüber unterhalten, ob man den Rosbach auf die Seite rauszieht, der das mit Sicherheit auch schon gespielt hat in der Vergangenheit. Solche Überlegungen spielen da halt eine Rolle. Ich gucke noch mal in Tommys Richtung. Noch eine Position, die wir vielleicht noch abklären können oder nicht. Nee, alle Fragen beantwortet. Sehr gut. Dann sehen wir uns am Sonntag. Patrick, viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Schönen Tag allen. Tschüss. 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 Tschüss.